Aber bei so Dates hat man auch ab und zu mal schon, naja gut, die rosa-rote Brille auch, Schmetterlinge im Bauch, ne? Ja, natürlich. Also nicht gleich auf Familienplanung gehen. Das macht nämlich mein nächster Gast nicht, denn sie singt es von der rosa-roten Brille. Herzlich willkommen für Sie, Marie Reim. Es begann in einem Augenblick, deine Augen haben mich ausgeträgt. Du hast mich gefragt, traust du dich? Ist das, was werden soll, das glaub ich nicht. Doch wie immer kam das alles ganz anders. Deine Blicke ließen mir keine Wahl. Ich bin verknallt und immer, wenn du mich anlachst, wird um uns rum alles egal. Wir tragen die rosa-rose Brille, ein Kuss auf die Haare mit jedem Blick. Durch unsere Herzen, um in Gelbpupille, sehen wir, wie schön das Leben ist. Denn unsere Augen sprechen Wände, man kann uns lesen wie ein Brief. Da sieht man, wie schön das Leben ist. Ganz egal, wohin du blickst. Deine Blicke enden mich. Du bestellst einen Drink von mich. Ich hab dir gesagt, so bin ich nicht. Doch wie immer kam das alles ganz anders. Deine Blicke ließen mir keiner bei. Ich bin verknallt und immer, wenn du mich anlachst, wird um uns rum alles egal. Wir tragen die rosa-rose Brille, ein Kuss auf die Haare mit jedem Blick. Denn unsere Augen sprechen Wände, man kann uns lesen wie ein Brief. Da sieht man, wie schön das Leben ist. Hast du jemals geglaubt, dass es sowas gibt? Liebe, liebe dir bleibt, mach nur einen Blick. Wir heben ab und bleiben hier über den Wolken. Wir tragen die rosa-rose Brille, ein Kuss auf die Haut mit jedem Blick. Durch unsere Herz, umige Pupillen, sehen wir, wie schön das Leben ist. Denn unsere Augen sprechen Wände, man kann uns lesen wie ein Brief. Da sieht man, wie schön das Leben ist. Wie schön das Leben ist. Die rosa-rote Brille, Marie Rhein, kannst du noch ein bisschen auflassen. Viel Erfolg, alles Gute weiterhin, Marie Rhein. Wir kommen jetzt zu einer ganz alltäglichen Alltagssituation.